Herzlich Willkommen im Eifelpark Gondorf. Eintreten und fantastisches Erleben. Unser Eifelcoaster bringt bei jedem Wetter gute Laune. In der fast 800 Meter langen Sommerrodelbahn bestimmen Sie selbst das Tempo. Ob zu Fuß oder mit dem Eifel Express. Erkunden Sie die Sehenswürdigkeiten des Eifel Parks. Unser Express ist mit behindertengerechten Sitzen ausgestattet. In der bunten und lustigen Tierwelt finden Sie alles, was das Tierherz begehrt. Wie zum Beispiel Bären, Emus, Luchse oder Wildschweine. In unserem Streichelzoo fühlen Sie Böcke, Geißen und Zicklein. Orientieren und schon geht's weiter ins Vergnügen. Wie wäre es mit einer spannenden Fahrt in unseren Bumperbooten? Vielleicht brauchen Sie auch den Nervenkitzel und fahren lieber mit der Familienachterbahn. Oder doch lieber mit dem Fliegenpilzkarussell? Den besonderen Kick gibt's bei der Freifallrutsche im Rutschparadies. Auf Ihrer Abenteuerreise stillen Sie Ihren Appetit auf der Bergstation mit Sonnenterrasse. Bevor es weiter geht zum Puppentheater von Jasmin und Nick Hoffmann. Erleben Sie die spaßige Welt der Handpuppenfantasien. Ob groß oder klein, für alle ist es ein. Wir freuen uns herzlich auf Ihren Besuch im Eifelpark.